Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog und heute auch zum letzten Tag, weil ich denke mal morgen werde ich eh nicht filmen, weil du gehst eh schon um 10 Uhr irgendwas und da habe ich keine Lust zu filmen. Auf jeden Fall gehen wir zum See. Heute Abend ist noch richtig geil Burger und ja mal schauen, was dann noch so machen. Wir sind jetzt am See angekommen und das Wetter ist viel besser als erwartet heute. Und keine Ahnung, mal schauen ob wir gleich Triebhut fahren gehen oder was auch immer machen. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall kein Bikini mitgenommen, weil es eh kein Schwimmwetter ist. Mal schauen. Ich will noch eine Sache anmerken und zwar hasse ich es, wenn man Auto fährt und dann in so einer Kackstelle ist und extra Platz macht und richtig lange wartet und dann nicht mein Danke bekommt. Ich hasse es so sehr, ich hasse es so sehr. Auch als ich Luca weggebe und ich habe das Gefühl täglich, dass ich einfach zu nett bin. Ich meine, ich meine irgendwie so ein Danke. Danke dafür. So Freunde, wir sitzen jetzt wieder im Auto und machen uns jetzt auf dem Heimweg. Wir haben jetzt noch ein paar Bilder gemacht und jetzt waren wir erst mal nach Hause, was ich heute noch meinte. Mein Vater macht heute noch richtig geile Burger. Ich denke mal, die Frikadellen macht er auch wieder selbst und das werde ich später noch sehen. Das werde ich auch noch filmen. Wieder irgendwo im Nirgendwo. Wir gehen jetzt hier erst mal hoch und schauen, wie das da oben so ist. So Leute, wir haben jetzt gegessen. Wie fandest du die Burger? Richtig geil. Mein Vater hat die Frikadellen oder die Buletten, bevor ich wieder gehatet werde von meinen Discord-Leuten, nichts selber gemacht diesmal. Weil ihnen das so lange gedauert haben wir vor ein paar Tagen erst um halb zehn abends gegessen haben. Deswegen... Die Sonne ist so im Wingsack. Ja, aber ich fand es auch richtig lecker. Ich finde einfach, sonst haben wir auch immer aus der Pfanne halt die Buletten, wie auch immer, gegessen. Aber ich finde, mit dem Grill, das macht so einen fetten Unterschied. Es war so lecker. So Leute, wir gehen jetzt wieder den Standard-Tagesablauf nach und schauen, wie auch Wings klappt. Und chillen wieder, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren und am See waren und ja, keine Ahnung, jetzt lassen wir so den Tag irgendwie ausklingen. Mal schauen, ob wir heute wieder streamen oder chillen und ja. Morgen früh geht Jorena dann ja schon wieder Meinung. Schade. Na. Jetzt sieht man uns beide aus dieser schönen Perspektive. Nur Sarah sieht dann irgendwie gut aus. Und ich die Potato. Wie weiß ich, Ben. Holy shit. Jorena einfach krank. Haben wir noch Lust, die Q&As aufzunehmen? Haben wir noch Lust? Weiß ich nicht. Ja, haben wir. Wir schauen mal. Also ich hab Bock. Weil das Ding ist, wir haben schon halb neun. Das sieht irgendwie so gar nicht aus. Als wäre es schon halb neun. Es sieht aus, als wäre es gerade so 15, 16 Uhr. Es kommt mir gar nicht sofort in der Abend. Ja, mal schauen. Wir haben jetzt gerade die Q&As aufgenommen, zwei Stück. Keine Ahnung, wann die jemals kommen werden. Weil ich denke mal, vielleicht kommt erst ein Q&A, weil ich demnächst keine Zeit habe, das zu schneiden. Die ganzen Vlogs. Und ich glaube, das Q&A geht schneller. Aber das zweite wird wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern. Aber wir haben es noch geschafft. Das Ding ist, ich hatte irgendwie erst nicht so viel Lust. Als ich dann so die Fragen rausgesucht habe, dachte ich so, okay, es sind doch viel mehr gute Fragen dabei, als ich dachte. Weil meistens kommt halt immer echt dasselbe. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber irgendwie jetzt so, wo ich hier so saß und wo man so angefangen hat und ich wusste, ich kann vernünftig auf die Fragen antworten, hatte ich so richtig Bock drauf. Keine Ahnung, es hat richtig viel Spaß gemacht. Könnt euch auf jeden Fall auch mega freuen auf das Q&A. Okay, vielleicht habt ihr es ja sogar schon gesehen, das eine. Ja. Lol. Das ist alles ein Kron. Okay Leute, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. So, jetzt wird sich noch ein Eis gegönnt. Hast du Bock? Ja, let's go. Aber irgendwie ziehen wir echt heute komplett durch mit Wings Club. Keine Ahnung, es hat sich so eine Sucht entwickelt. Wir haben schon so viele Abonnenten geschrieben. Auch Jungs, beziehungsweise fast nur Jungs, wo man das gucken kann. Man kann das übrigens auf YouTube ganz normal schauen. Ich finde es voll krass, dass auch so viele Jungs das gucken wollen. Ich hätte eher gedacht, dass die das vorher als so eine Mädchenserie abstempeln. Aber nice. Wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall. So Leute, es ist jetzt Freitag, also der letzte Tag. Jurena geht jeden Augenblick und jetzt frühstücken wir noch. Und ja, heute genau jetzt, wo Jurena geht, ist einfach geiles Wetter. Ja, moin. Hauptsache Jurena hat mir auch nochmal ein kleines Geschenk mitgebracht. Und zwar nochmal Lippenstift von Meg. Also Dankeschön an dich nochmal Jurena. Also Dankeschön an dich Jurena. So Jurena ist jetzt im Zug auf dem Weg nach Hause. Ich räume jetzt noch ein bisschen mein Zimmer auf. Und dann gehe ich heute Abend noch weg. Und Luca kommt morgen direkt wieder. Und ja Leute, also falls euch das Video gefallen hat, beziehungsweise die letzten Vlogs. Ich glaube der erste war ein bisschen doof, weil auch so schlechtes Wetter war, wenn wir nicht richtig machen konnten. Aber ich hoffe euch haben die Vlogs trotzdem gefallen. Falls euch der Vlog gefallen hat, dann würde es mich freuen, würdet ihr eine positive Bewertung da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.